Hallöchen und Willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge von Star Trek Online. Wir sind hier beim Argelius-System, da sieht man es, ähm, zwischendurch, also es sind ein paar Tage vergangen, in den Aufnahmen jetzt, der letzten Folge und jetzt, ähm, habe ich ein paar Flottenalarm gemacht und deswegen hier sind wir auf Level 23 aufgestiegen inzwischen. Und natürlich habe ich noch die Omega-Molekül-Stabilisierung gemacht, weiß gar nicht, ob man da auch Erfahrung kriegt für, keine Ahnung, in dem Fall, wir sind 3 Level aufgestiegen, glaub ich. Und wir starten einfach mal mit dieser Mission. Hallo, Lennart. Captain Sardar, wir sind im Orbit um Argelius II. Er hat Dutzende Brüche darüber gegeben, der Schmuggler, die dieses System als Handelsbasis nutzen. Die Station lässt uns mit der Beam-Anfrage warten. Sie wollen uns hinhalten. Ich habe eine Vermutung, lassen Sie uns einen größeren Scan des Systems durchführen. Gut gemacht, Sir. Die Niedrig-Level-Scan der Gegend hat Spuren illegal, illegaler Waffen und verbotener Schiffe in dem System aufgenommen. Es ist die Pflicht der Sternenflotte, jegliche Schmuggelware im Föderationsraum zu beschlagnahmen. Dies wird zudem Anfragen bei der Station beschleunigen. Wir sollten die lokalen Frachtschefe besser scannen. Und die sämtliche illegale Güter zerstören. Gut, dann also die Frachter scannen, machen wir das nochmal. Und falls ihr mich ein bisschen komisch anhöre, ich habe ein bisschen meine Nase zu. Ich habe mir ein bisschen erkältet. Ich glaube, das hört man auch ein bisschen. Dann hat er doch was illegalen Frischmuggeln. Der böse Pube. Oh. Ich bin so weit fertig. Nächster. Oh, ein Spurglas. Warnung. Das Schiff ist unter attack. Hier. Also eben auf den anderen. Ja. Ein paar hat unser Handeln hier die Anfrage zum Beamen bei der Station beschleunigt. Falls sie bereit sind, können wir beamen. Na gut. Dann gehen wir mal rüber. Aber schon komisch, ne? Da standen eigentlich drei Frachter und jetzt haben wir nur zwei gemacht. Und das reicht schon aus. Okay. Sehr seltsam. Oder ob ich mich da verguckt. Das kann doch sein. Aber ich bin der Meinung, es stand da eins von drei. Als wir den ersten hatten. Irgendwie lädt er jetzt hier nicht. Das ist nicht schön. Okay. Wart mal hier. Hallo. Komm schon. Also ich weiß nicht, seitdem ein Update irgendwie dauert das manchmal länger als vorher. Brot. Endlich. Commander, ich schlage vor, dass wir den Verwalter der Einrichtung aufsuchen. Von ihm sollten wir mehr Infos über Martas Umstände herausfinden können. Die meisten Lebensformen halten sich im Nachtclub auf. Wir sollten dort anfangen. Die Kisten können wir nicht öffnen hier. Ich höre schon Nachtclub-Musik. Ach, guck mal da. Atmosphäre, ich bin Chorin, der Papiatrist von Boonstation. Wie ist die Musik lauter als seine Rede? Dafür haben wir keine Zeit. Ich suche eine Orionerin namens Marta. Haben Sie sie gesehen? Ach, wir haben leider keinen Latinum, deswegen müssen wir das hier sagen. Versuchen Sie ein Offizier der Föderation zu erpressen. Tja, als Unterlagen ist diese Station für die von der Föderation verlangte Sicherheitsuntersuchung überfällig. Die letzte Inspektion war vor zwei Jahren. Wenn wir Quares hilflich sind, einige unter Strafe stehenden Mängel zu entdecken, wird er vielleicht so gröslich sein, um zu verraten, wo Marta stecken könnte. Ich bin sicher, dass Quares unsere Hilfe zu schätzen weiß. Na gut, aber erstmal sehe ich gerade, ich habe noch den Anzugang gehabt. Ist der besser? Nö, der schlechter. Gut, mehr maximale Pfefferpunkte, aber dafür sind die Widerstände besser. Ja, so. Kontakt. Jetzt beziehen wir doch mal die Fracht. Keine Verstöße hier. Die Holosuite. Die Holosuite zieht Energie vom Lebenserhaltungssystem ab. Interessant. Keine Verstöße hier. Na gut. Ja, Fallentsorgungsleitung ist undicht und verliert eine giftige Substanz. Na toll. Dankeschön. Dass wir dann gleich daneben stehen. Da wo? Ohne Tongo? Tongo. Diese Video-Tongo-Maschine verwende eine illegale Wahrscheinlichkeits-Matrix. Keine Verstöße. Keine Verstöße. Da haben wir schon drei aufgedeckt. Mal gucken, was hier noch ist. Diese sind gut. Ah ja. Das ist toll. Nein, ich will die Lustgatte nicht besuchen. Bis später. Aha. Wir stammen das richtig schon auf. Aha. Scheiße Team. Nichts. Spannend. Wie kann ein Geschäftsmanden sich in allem einen Profit mit Leuten wie Sie sich zu machen? Du hast mir mehr Filme bezahlt, als die Klingons bezahlt, um mich zu sch настроieren. Sie betreiben Marta im Cargo Rei 6. Ich hoffe, dein Kapitän gebringt dich in einem Rotekeg-Bloodpie. danke sein jetzt von dir gehen wir mal gucken das war interessant normalerweise ist man hier die stammgäste bekämpfen da wir taktiker sind konnten unsere sicherheits team rufen und mussten so nicht kämpfen gegen die stammgäste und dann die haben eben alles erledigt alles nehmen wir sind gierig wir nehmen alles egal was es ist alles nehme wo kann schon gewürzt den trinke ich doch gerne hobe lüft guck mal da ja ja die coole waffe stimmen doch der schon tot ich weiß nicht warum man manchmal auch wieder zu laufen ihr noch was na gut wusste ich nicht und auch so durchlaufen kann hallo später willkommen klingonen wilkonen leute machen wir ein bisschen hier ein auf den hier noch irgendwelche wilkonen steuert zwar ordentlich der strahl aber ist schon gut ich mag die waffe minigun wird mein neuer wenn wir ehrlich sind es sind ein gewachs und bloß ein buchstaben ausgetauscht dann lebt er noch eine das können wir mal das zeug hier um die ohne immer noch bitte dankeschön jetzt ist hier wo da oben ist noch irgendwas oder hoch wieder da waren wir noch gar nicht um aber wir kommen wieder hoch so ok seien geschiffe egal wir sollen dorthin ja zum befreien wir wollen rache macht ehrlich befreien können hätten sie noch mit uns wahrscheinlich genieten klingonen gekämpft egal lassen sie es mal raus wir sind auch mit den klingonen so fertig geworden hallo martha wie bitte ich schätze es hat daran dass sie gar oder vor ihnen eingetroffen ist wollen wir sie aus der zelle raus na danke sind der kippen da er hat keine chance alter wie heftig war das machen die stammgäste war noch da und das war es auch gut dann kommen sie mal raus grünes etwas wieso haben die klingonen sie gefangen genommen ok für wen haben sie auf kronos gearbeitet was wissen sie über botschaft der bewandt die klingonen und die federation in einem anderen er ist smart und er ist ein planer wheels in wheels er hat eine halbezange Dinge zu tun und ich gar nicht weiß die halbe von ihnen die klingonen, die klingonen, die klingonen, die klingonen die klingonen, die klingonen wenn es ein Weg gibt, was er will, wird es tun Dinge, die normalen Menschen nicht mehr überrascht Okay, interessant. Noch etwas, was sie uns sagen wollen? Ah, okay. Interessant. Sind sie bereit zum gehen? Okay, gehen wir uns ab. Ach Gottchen. Da sind sie schon. Sehr gut. Die kleinen Schiffe, aber erst mal machen wir die hier fertig. Nicht schnell. Ich muss nicht mal mit unserem Torpedo treffen. Wir haben es geschafft, Captain. Martha wurde auf der Krankenstation gescannt. Sobald wir in den Raumsektor zurückkehren, können wir sie mit dem Sternflottengeheimdienst zur Befragung übergeben. Bist du eben verlassen. Sikowski. Los, schnell weg da. Ist ja schlimm. Erstmal trinke ich einen Schluck. Ach. So. Dann gucken wir mal. Starfleet Intelligence interviewt Marta jetzt. Sie könnte die Informationen für unsere Kriegsfragen haben. Gute Arbeit. Ja, schön. Herzlichen Glückwunsch, Commander. Ja, wohl. Geheime Befehle. Starfleet Intelligence hat mehr gelernt über Ambassador Bavat. Marta. Marta, die Frau von Starfleet, aus der Schraubendreherstation, sagt, dass die Klingons eine secretische Basis in der Haromi-Kluster haben. Und dass sie sie als Staging-Area für einen Attack auf die Federation benutzen. Ich habe euch verabschiedet, euch die Koordinaten der Klingons Basis zu geben. Oh, das hat. Akzeptiert. So. Dann beenden. Und dann kaufen wir uns mal die Fähigkeiten, wie immer. Na komm. Wir haben nur einen Raumpunkt. Das heißt, kein Bodenpunkt. Schade. Dann gucke ich mal hier nochmal. Ähm. Äh, nein. Hier. Ich hätte nämlich hier so ein blaues Schild bekommen. Vielleicht ist das ja besser. Ja. Online von der Schildladung ist das besser. Okay. Ja, organischer. Blubliblub. Ach, Leonard. Du kriegst jetzt das 4. Karen kriegt auch Level 4. Ja. Okay. Hans, ja. Da lennert ja, wenn man den Nahkampf geht, kriegt er mal den hier. Er hat noch gar keinen. Nein. Matt hat einen. Der hat einen. Gut. Haben wir alles. Sortieren wir mal. Jo. Haben wir alles erledigt. Gut. Dann ist... Moment. Autonavigation. Autonavigation. Zum nächsten Punkt. Und ihr kennt das ja. Wir machen jetzt Schluss. Und dann nachher in der nächsten Folge. Wenn wir dort angekommen sind. Geht's weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Things this day. Schönen Tag noch. Tschüss. Vielen Dank.